Ja Leute, ich mache jetzt mal ein Funkgerät-Test und komme gleich wieder. Leute, jetzt habe ich hier ein Funkgerät, ich teste es und damit auch ein herzliches Willkommen. Ich wünsche euch noch viel viel Spaß und somit auch einen schönen Sonntag. Verstanden, Ende. Dankeschön. Euch noch einen schönen Tag. So, das war es auch wieder. Dankeschön.